hola amigos mio soy el español ich wollte mich erst mal vorstellen viele reden im internet über mich ich bin der spanische freund von elli auch an dich simex erstmal hallo wir kommen später dazu ich wollte mich einmal zu der ganzen sache äußern erstmals viele zu mich ich bin gar kein richtiger spanier ich komme eigentlich aus bosnien ich studiere hier in spanien ich spreche auch spanisch wenn ich hier bin eigentlich ich spreche nur spanisch aber für das video ich denke auf deutsch verstehen es die meisten äußere ich mich dieses mal so dazu im internet viele lügen sehr viele lügen aber bei mir die meisten lügen elli du hast zu mir gesagt ich du ich bin dein traummann du hast gesagt wir bauen eine villa hier in barcelona unsere kinder werden hier fußball spielen du hast mich angelogen ich wurde weggeworfen wie ein nasses handtuch einfach auf die straße jetzt ich sitze hier alleine simex an dich entschuldigung ich weiß für dich dein herz hat geblutet du warst traurig du warst enttäuscht du warst wütend ich kann verstehen es tut mir leid wie ich mit dir geredet habe es tut mir leid ich kann dich nachvollziehen aber ich bin einfach nur enttäuscht von elli diese ganzen lügen im internet die sind einfach nur traurig ich sitze hier trauriges herz ich bin am boden meine freunde ich bin am drogen ich bin einfach nur traurig mir wurde alles versprochen jetzt ich sitze alleine hier ich wollte einfach nur einer jungen frau helfen ich habe die große liebe gesehen ich habe wirklich gedacht ich werde alt mit dieser frau dass ich so schnell einfach nur weggeworfen werde ist einfach nur traurig und schwach wir kommen fast die tränen bei diesem video ich hatte wirklich eine sehr schöne zeit mit ihr was genau passiert ist ist egal das gehört nicht ins internet das gehört nur unter c max und elli zusammen die beiden haben darüber zu reden nicht wir aber wie sie mit mir geredet hat was sie mir versprochen hat finde ich einfach nur traurig und wie jeder mich vergisst im internet ich schaue jedes einzelne video an alle reden über c max alle reden über elli aber keiner redet über mich den spanier keiner alle denken die sind glücklich die sind unglücklich was ist mit mir mir wurde gesagt wir beide werden ein traumpaar was ist passiert nichts nichts alles für geld und für ein bisschen reichweite ich bin einfach enttäuscht ich hoffe ich konnte mit diesem kleinen video etwas für klarheit sorgen ich hoffe eure antworten sind ein bisschen gelöst ihr wisst jetzt wer ich bin seid eventuell für mich da lasst etwas zustand für mich da ich bin einfach nur traurig und ich kann auch nicht mehr ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss